In Deutschland hätte ich ungefähr 180 Mal zum Arzt gehen müssen und hier brauchte ich alles zusammen nur drei Wochen. Das finde ich einen riesen Vorteil. Das war so meins, dass ich dachte, oh nee komm, du sparst Zeit und dazu bist du noch in einem schönen Land. Und alle sind freundlich, das finde ich sehr, sehr schön. Und auch wenn man alleine ist, ist jemand da, der touchet einmal die Schulter und begleitet einen und immer ein schönes Wort. Das finde ich total schön. Vorher war es so, dass ich natürlich mit Herzklopfen und ein bisschen Angst vor Schmerz hier hingekommen bin und mir das ganz schnell aber genommen wurde durch das nette Personal. Das zweite Mal war dann besser. Das war nicht mehr ganz so aufregend. Jetzt war ich auch aufgeregt, aber die Angst, dass es wehtut oder so, das habe ich ja nicht mehr, weil ich ja diese tollen Spitzen kenne. Und ich komme jetzt auch einmal im Jahr zur Kontrolle. Das ist der Plan. Denta Prime steht in meinem Leben für Perfektion, Wegschmerz und ich komme wieder. Denta Prime steht in meinem Leben für Perfektion. Denta Prime steht in meinem Leben für Perfektion, Wegschmerz und ich komme wieder mit meinem Leben für Perfektion. Vielen Dank.